hey leute herzlich willkommen wieder zu einem neuen video ich bin jetzt noch mal zur gleichen zum gleichen supermarkt gefahren um dort noch mal nach hot wheels zu gucken und ich bin echt froh dass ich hier noch mal hingefahren bin denn ich habe hier echt beim genauen hingucken noch mal krasse sachen gefunden ich zeige euch das mal schaut her noch mal drei audi avant rs2 1994 im blau richtig cool die kann ich dann auch traden oder ein paar leuten aus der community mal schenken denn ich habe auch schon ein paar anfragen bekommen oder interessenten und hier habe ich noch was cooles auch für diese zwei fahrzeuge gibt es schon interessenten mercedes benz 500 e nicht in rot sondern in schwarz aus dem jahr 2018 richtig cool die mal in schwarz zu sehen habe ich zwei stück von gefunden tatsächlich und unglaublicherweise noch mal treasure hans 4 treasure hans schaut euch das an das sind so fantasy autos chrysler pacifica und das ist alles ein treasure hunt und ich muss das einfach mitnehmen auch wenn ich vier davon genommen habe aber ja immer wieder gut zum traden oder mal zum tauschen mal ist er ist ja traden oder mal irgendwie zum verschenken oder irgendwie sowas richtig cool dass ich die noch mal gefunden habe ich bin irgendwie erstaunt dass ich immer so viele treasure hans hier finde man sieht hier zum beispiel an den fahrzeugen auch so eine orange flamme vorne und noch mal dieses graue symbol unten auf der verpackung und ja richtig cool dass ich die mitgenommen habe ja soweit von der nächsten ausbeute hier aus spanien und wir sehen uns im nächsten video bis dann